Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich erstmal total über die Resonanz von der letzten Folge. Ich hätte gar nicht gedacht, ich hatte ja schon richtig Schiss in der Buchse, dass es eine Panik auslöst, dass ich über ein Virus rede. Nein, aber einfach, ja, dass man dann in Panik gerät, oh Gott, ich habe so ein Virus oder sowas. Ging ja um den Epstein-Barr-Virus, den 90 Prozent aller Menschen in sich tragen und der unter anderem zu Hautproblemen führt. Aber man kann wirklich ganz gut was gegen den tun. Ja, und da habe ich super viele Nachrichten zu bekommen, auch vor allem von Menschen, die sich damit schon länger beschäftigen, die das ausprobiert haben, die Ernährungsform, die ich auch vorstelle und die total tolle Erfolge auch mit ihrer Haut dadurch hatten. Und ein schöner Gedanke auch, der dazu kam, war, dass es schön ist zu hören, dass das Immunsystem gegen den Virus kämpft und deswegen halt auch Hautausschläge kommen. Und das Immunsystem nicht gegen den eigenen Körper kämpft, so wie es ja bei chronischen Erkrankungen oft die Rede ist. Von daher, hört da gerne nochmal rein, wenn dir das noch jetzt nichts sagt, was ich hier rede. Es lohnt sich total. Diese Folge natürlich auch, kann ich ja erst mal die zu Ende hören. Ich werde heute über ein Phänomen sprechen, über mehrere Phänomene, die mich jetzt seit ein paar Jahren schon bewusst begleiten. Ich weiß davon, aber viele wissen es nicht. Mich beruhigt es, das zu wissen und ich glaube, dass es auch vielen jetzt so gehen wird. Es gibt sicher auch die Gefahr dahingehend zu sehr, sich darauf zu fokussieren. Das möchte ich ja am Anfang schon mal direkt sagen. Das bringt auch nichts. Aber ja, ich würde erst mal anfangen. Also es wird heute, wie ihr es im Titel ja auch schon gesehen habt, um kosmische Schwingungen gehen. Wenn du mich kennst und ich denke, du kennst mich jetzt mittlerweile schon ein bisschen, dann weißt du ja, dass ich der festen Überzeugung bin, dass alles immer miteinander zusammenhängt. Also alles besteht aus Energie, jedes kleinste Teilchen, jede kleinste Zelle. Wir alle hängen einem Energienetz miteinander zusammen. Ja, darüber habe ich ja auch schon oft gesprochen und auch Blogartikel, emotionale Blockaden lösen. Dann könnt ihr dazu mehr nochmal lesen bei mir auf der Webseite. Ja, und auch Emotionen sind halt Energie. Das ist ja immer das, worüber ich hier so ganz viel spreche, dass es so wichtig ist, dass wir unserem Körper die richtige Energie geben. Was bedeutet die richtigen Gefühle, die richtigen Gedanken, die uns gut tun und heilsam sind. Aber in dieser Folge soll es um ganz irdische und sogar kosmische Energien, Frequenzen und Schwingungen gehen. Also Energien, die auf uns wirken, die wir auch für uns nutzen können. Aber wenn wir nicht von denen wissen, laufen wir Gefahr, bestimmte Symptome, die dann auftreten können, falsch zu deuten. Wir denken dann vielleicht, ach man, warum geht es mir jetzt hier so und ach, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht. Und das ist die große Gefahr dabei, dass man dahingehend sich selber fertig macht, wenn man darüber nicht Bescheid weiß, dass es eben nicht immer alles an einem selber liegen muss, wie man sich fühlt. Und vor allem, wenn man darüber Bescheid weiß, was abgeht im Kosmos, dann kann man die Energien auch positiv für sich nutzen. Also seid gespannt. Ich möchte euch heute erklären, was Portal-Tage sind. Das klingt ja schon total mystisch. Ich will diesen Einfluss der Schumann-Frequenz erklären, was der Einfluss ist sozusagen auf uns. Dann die Sonnenstürme, was die sind und wie wir halt am besten mit all dem umgehen, was da so im Kosmos abgeht. Also fangen wir erstmal bei den Portal-Tagen an. Die Portal-Tage hängen eng mit dem Maya-Kalender zusammen. Übrigens heute an dem Tag, an dem ich aufnehme, nämlich Freitag, den 30. April ist auch ein Portal-Tag. Mal sehen, wie er sich heute bemerkbar macht. Genau. Also die Portal-Tage stammen aus dem sogenannten Maya-Kalender. Und der Maya-Kalender, der ist ein astronomischer Kalender der Maya. Das ist eine Hochkultur gewesen von 2000 vor Christi Geburt bis ins 9. Jahrhundert sozusagen gab es diese Hochkultur. Die Maya sind bekannt für ihre Rituale und Zeremonien, die verbunden sind auch mit astronomischen Zyklen der Natur. Und wie gesagt, vor allem für ihren Kalender. Genau diese fassen halt diesen komplexen Kalender zusammen und können in dem Kalender oder haben damals schon im Kalender sehr erstaunlich und sehr präzise bestimmte Phänomene festgelegt, die passiert sind. Ja, der Maya-Kalender ist jetzt ein zu komplexes Thema, um den hier genauer zu erklären. Aber in diesem Kalender sind die sogenannten Portal-Tage ebenso festgehalten. An diesen Tagen soll also eine besonders hohe kosmische Schwingung sein. Interessant, dass der Kalender bis heute auch noch reicht. Das ist sehr interessant. An diesen Tagen soll eine ganz besonders hohe kosmische Schwingung sein. Und das wurde halt eben in diesem Kalender schon vorhergesagt, kann man jetzt eigentlich schon fast sagen. An diesen Portal-Tagen ist es für uns also spürbar, dass eine starke kosmische Einströmung auf der Erde sozusagen vorhanden ist. Und diese Schwingungen, die wirken natürlich, weil wir ja auch Teil des Energiefeldes sind, auf unseren Körper, Geist und die Seele. Und letztendlich steht der Portal-Tag immer für eine Neuausrichtung und eine Art Neubeginn. Neubeginn. Ich weiß auch noch nicht, was ich mir heute hier für Neubeginn sozusagen zelebriere. Aber ich bin da ja jetzt eh nicht so streng. Ich sehe den Portal-Tag auch, und das kann ich auch noch mal gleich erzählen, noch so ein bisschen anders an. Ja, die Tage sind wie gesagt in diesem Kalender festgehalten. Im April hatten wir zum Beispiel auch schon zehn Tage, also Portal-Tage hintereinander. Und im Mai ist dasselbe Phänomen der Fall. Vom 9. bis zum 18. Mai gibt es eben diese Folge an Portal-Tagen hintereinander. Ist also dann wiederum eine spannende Zeit. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist es dann auch im Mai erstmal die letzte so hintereinander gereihte Portal-Tage-Reihe. Aber es gibt immer wieder Einzelne natürlich in jedem Monat. Genau. Kommen wir mal dazu, wie sich das Ganze äußert. Also Portal-Tage äußern sich bei jedem total verschieden. Ich hatte mal eine Phase, da haben die sich bei mir so geäußert, dass ich extrem viel Energie hatte. Dass ich regelrecht über mich selber hinausgewachsen bin. Auch leistungsfähig war ohne Ende. Dann jetzt Anfang des Jahres ging es mir am Portal-Tagen eher so, dass ich extrem müde war. Oder faul, kann man schon fast sagen. Und ich sage dir auch gleich, was ich denke, was Portal-Tage in einem hervorbringt. Aber so im Großen und Ganzen sagt man, dass manche, also vor allem sensible Menschen an diesen Tagen auch wirklich müde sind. Geschlaucht und andere halt, so wie ich es ja eben beschrieben habe, eher energiegeladen. Es gibt Menschen, die haben an Portal-Tagen Schlafstörungen oder sehr intensive Träume. Es gibt Menschen, die haben Kopfschmerzen, Schwindelgefühle, Stimmungsschwankungen oder auch belastende Gedanken. Ich sage mal, was ich denke, was Portal-Tage hervorbringen. Sie bringen das hervor, was bei dir sowieso schon kurz unter der Oberfläche lodert. Ich bin dieses Jahr wirklich extrem übermüdet. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig, woran das liegt. Ich könnte mir vorstellen, dass ich einfach durch meine Arbeit auch immer sensibler werde. Was bedeutet, dass ich auch für Reize immer sensibler bin. Und dass ich eigentlich viel mehr Entspannung und Pause brauche. Und einen Urlaub gab es bei mir auch schon sehr lange nicht. Ich denke, dass Ella da auch so ein bisschen was dazu beigetragen hat. Also unser Welpe, der ja mittlerweile schon ein junger Hund ist. Dass natürlich da neue Aufgaben auf mich zugekommen sind. Aber genau. Und dass der Körper sich sozusagen das holt, was er dann braucht. Nämlich Ruhe. Oder eben, wenn man zu Kopfschmerzen neigt, dass das wahrscheinlich eh schon einfach ein Thema ist. Also das ist dann wieder das, was sowieso schon in uns vorliegt, was an den Portal-Tagen verstärkt wird. Das ist meine Meinung. So genau habe ich das nirgendwo recherchieren können. Aber es ist so ein bisschen mein Gedanke. Weil ich es eben auch schon so unterschiedlich erlebt habe. Und ja, wenn du also manchmal ganz besonders feinfühlig bist, emotional bist, dann kann es eben sein, dass es an diesen Portal-Tagen liegt. Es liegt eigentlich, also die sind nicht schuld, sondern sie machen eben das stärker, was bei dir sowieso schon da ist. Und das Ding ist ja, bei besonders emotionalen Menschen ist ja, dass wenn es ihnen dann an solchen Tagen vielleicht besonders, ja, also schlecht geht, ist jetzt übertrieben. Wenn sie sensibler sind, emotionaler, wie auch immer, dann suchen Menschen oft nach Gründen und die suchen sie meistens bei sich selbst. Und dann sagen sie sich, ach Mensch und sowas habe ich wieder falsch gemacht. Die Schuld sozusagen wird bei sich selber gesucht und das kann man dann tatsächlich durch diese kosmischen Schwingungen, kann man sich da ein bisschen zurücklehnen, beruhigen und sagen, ach ey komm, das liegt jetzt hier an den Schwingungen. Also du kannst diese Portal-Tage für dich nutzen, um ganz besonders achtsam mit dir zu sein, hinzuhören und dich mit dir selbst zu verbinden. Denn diese Verbindung an Portal-Tagen mit der eigenen Seele ist total nicht wichtig. Also ja, ist auch wichtig, aber ich meine, wie sagt man denn, sehr viel einfacher. Man kann total gut an den Portal-Tagen in die Transformation gehen, man kann total gut meditieren. Es sind extrem gute Channel-Tage, es sind Tage für Heilarbeit, es sind wunderbare Tage, um tiefgreifende Erkenntnisse und Veränderungen hervorzurufen. Also letztendlich, auch wenn du Energiearbeit machst, legt das immer auf Portal-Tage. Das ist der perfekte Zeitpunkt für alle Transformationsreisenden, war es auch mal sehr spannend zu sehen, dass die Abende, wo wir live zusammengegangen sind, oft Portal-Tage waren. Habe ich mir jetzt nicht so ausgesucht, aber es war halt oft so. Und jetzt im Mai kommen ja dann auch wieder zehn Tage aufeinander. Folgend, also liebe Transformationsreisgruppe im Mai, es wird eine große Transformation stattfinden, was ja sehr, sehr gut ist. Also Portal-Tage geben einem einen super Zugang zu der eigenen Seele. Und letztendlich ist das der Schlüssel für mehr Liebe und inneren Frieden. Wenn wir uns also nicht dagegen wehren und sie abwehren und ablehnen, sondern annehmen und auf ihnen fliegen sozusagen, auf diesen Schwingungen und uns treiben lassen, dann fühlt es sich gar nicht so verkehrt an, sondern sogar sehr, sehr schön. Ich meine, letztendlich hast du deine letzten Lebensjahre oder alle Lebensjahre, die du bis jetzt hier so erlebt hast, auch ohne zu wissen, dass es Portal-Tage gibt, gut überstanden oder eben mit selbstbeschuldigenden Gedanken überstanden, weil du gedacht hast, Mann, Mist, ey, was ist denn jetzt heute los? Jetzt kannst du das endlich streichen und sagen, hey, cool, ich gucke mir die Portal-Tage mal an, wann die sind, trage die vielleicht sogar in meinen Kalender ein, mach die Tage vielleicht entspannter. Du kannst dir ja auch mal einfach so dich selber ein bisschen beobachten, was taucht denn bei mir immer auf, wenn Portal-Tage sind, um dann ein Gefühl dafür zu bekommen, was dein Thema ist. Ist super spannend, ich werde einen Link zu den Portal-Tagen, also so einen Kalender, so eine Übersicht, einfach mal in die Show Notes packen. Und an dieser Stelle möchte ich dir auch noch wirklich etwas ans Herz legen, nämlich das basische Badekonzentrat von Siri Dermer. Ich liebe ja Vollbäder, vor allem in der kalten Jahreszeit oder kühleren Jahreszeit. Und durch dieses Badekonzentrat im Wasser werden überschüssige Säuren auf der Haut rausgezogen und auch aus den Hautporen. Und danach beruhige ich dich die Haut, die Rötungen. Und ich muss sagen, wenn ich andere basische Bäder gemacht habe, war das mir immer alles ein bisschen zu trocken danach, die Haut. Und ja, bei Siri Dermer ist das irgendwie anders. Also geh da gerne mal auf www.shop.siriderma.de. So, und nun geht's weiter mit der Folge. Ah, sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, genau. Also kommen wir mal zu den Schumann-Frequenzen. Die Schumann-Frequenzen wurden 1952 vom deutschen Physiker Winfried Otto Schumann entdeckt. Ich komme mir gerade so vor, in welchen Vortrag halte ich in der Schule. Stell dir mich vor, vor der, vor der Tafel, vor der Grünen, die gerade noch so abgewischt mit so einem Schwamm wurde. Und da sind dann noch so diese Kreidereste-Streifen dran. Und ich habe so voll schräg so Schumann-Frequenzen reingeschrieben. Und die, äh, die Tafel hat nicht ganz ausgereicht. Und ich habe das letzte IN dann noch so hinten so runtergeschrieben. Genau, also der Physiker Winfried Otto Schumann hat das Ganze entdeckt. Ähm, ja, er hat entdeckt, dass sich elektromagnetische Wellen bilden einer bestimmten Frequenz entlang des Umfangs der Erde. Ja, also um die Erde herum sozusagen. Es sind Schwingungen, die um den Erdball, kannst du dir vorstellen, wie Hulahubreifen herumgehen. Und natürlich, natürlich, haben diese Wellen einen Einfluss auf uns. Und das zeigen tatsächlich auch Studien, nämlich sie haben einen Einfluss auf den, äh, auf die Hormonregulation, auf das Gehirn, auf das limbische System. Über das limbische System habe ich auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Gerne reinhören, super spannend. Ich habe, ähm, da auch so ein bisschen darüber gesprochen, wie man, äh, wie so Emotionen mit dem limbischen System zusammenhängen. Was jetzt wiederum bedeutet, dass diese Wellen, äh, diese Frequenzen, diese Schumann-Frequenzen, wenn sie aufs limbische System einen Einfluss haben, ja auch auf unsere Emotionen einen Einfluss haben. So, ha, ähm, genau. Weil, das ist so, weil der Körper sich letztendlich mit diesem elektrostatischen Feld verbinden. Das ist ein elektrostatisches Feld der Erde. Und dadurch wird, ähm, wird verschiedenstes ausgelöst. Wenn wir auf dieser Schwingung der Schumann-Frequenze sozusagen eingestimmt sind, ist das ein Gefühl von Harmonie, Wohlbefinden. Wir fühlen uns super motiviert. Das kann sogar zu mehr Gesundheit, äh, führen. Also Forschungen zeigen das sogar, dass sich bei diesen Schwingungen kranke Zellen mit gesunden Zellen verbinden. Ähm, wenn wir halt in dieser Schwingung aber auch, äh, wenn wir da mitschwingen, ja. Ja, das ist eben so, dass die Schumann-Frequenz ja immer so einen Rhythmus hat. Und da, ja, da passt sich oder synchronisiert sich unser menschliches Gehirn irgendwie so auch an. Sogar alle 30 Sekunden für etwa 300 Millisekunden, äh, verbindet sich unser Gehirn mit dieser Schumann-Frequenz, äh, wo, ja, dann natürlich auch körperliche Rhythmen mit, mit drinne hängen. Also der Herzschlag, die Atmung, der Blutdruck. Und wenn, wir passen uns daran sowieso an. Wenn es dann aber zu größeren Ausschlägen kommt oder Veränderungen, ähm, kommt unser Körper damit manchmal nicht so richtig hinterher. Und das kann dann einfach wieder zu, zu, zu Dingen, ähm, führen, die ich gleich aufzähle. Also, unser Zustand spielt da total eine wichtige Rolle im Zusammenhang mit den Schumann-Frequenzen. Auch an diesen Tagen lohnt es sich oder an diesen Momenten, aber das weiß man ja nicht. Also, bei den Schumann-Frequenzen ist es so, man kann das nicht vorhersagen. Das ist bei, bei Maya-Kalender mit den Portal-Tagen halt anders. Das, die Portal-Tage können auch mit den Schumann-Frequenzen zusammenhängen, ähm, genau. Aber wenn man jetzt so ein Diagramm oder so sich anguckt, dann kann man immer nur im Nachhinein gucken, wie war denn gestern die Schumann-Frequenz? Und dann kann man sich zurückerinnern, wie ging es mir denn zu dieser Zeit, ja. Ja, aber es gibt, ähm, halt die Möglichkeit, zum Beispiel durch Entspannungstechniken und Meditation, sich in die Schwingung der Erde zu, anzupassen sozusagen. Es gibt auch ein, es gibt, ich habe jetzt keins rausgesucht, es gibt aber auch bei YouTube so, ähm, Schwingungen, also so Töne, die der Erde gleichen, der diesen Frequenzen gleichen. Ähm, aber man muss halt verstehen, dass diese Schwingungen variieren und sich verändern und, ja, das eben einen Einfluss auf uns hat, was wiederum auch mit den Sonnenstürmen zusammenhängen kann. Was sind denn jetzt auch noch die Sonnenstürme? Ich habe da übrigens auch in den Shownotes eine Seite, www.herzschlag.de. Da kannst du das alles dir anschauen sozusagen, wie die verschiedenste, da sind verschiedene Diagramme, kapiere ich, habe ich am Anfang nicht gleich kapiert, alles, aber man kann sich da reinfuchsen. Und da sind diese verschiedenen Schwingungen mal so aufgezeigt, also Sonnenstürme, Schumannfrequenz und so weiter. Und es hat schon immer miteinander zu tun. Also es hängt oft miteinander zusammen. Und an Portal-Tagen ist eben oft diese Schwingung auch höher. Ja, so, Sonnenstürme. Ja, bleiben wir mal bei meinem Vortrag über das Magnetfeld der Erde. Stell dir mal das Magnetfeld der Erde vor, wie zwei große Ohren, die an der Erde dran sind. Und ja, verändert sich das Erdmagnetfeld, so entstehen halt Erdmagnetstürme. Die Magnetosphäre der Erde steht in Wechselwirkung zum interplanetaren Magnetfeld, zum Beispiel der Sonne. Also auch die Sonne hat eine Art Magnetfeld und alles steht in Verbindung miteinander und wirkt aufeinander. Kapiert. Die Strahlung und Aufladung aufgeladenen Teilchen der Sonne, die gelangen sozusagen ständig ins Weltall. Das sind dann sogenannte Sonnenwinde. Und das kennst du vielleicht auch von Bildern, wenn man mal irgendwie sowas sich anschaut, der Sonne. Das ist so wie so ein Nebel, der dann um die Sonne herum ist. Und diese wirken täglich auf unserem Magnetfeld der Erde. Und das kann aber mal passieren, dass diese Winde einfach sehr stark sind, weil es eine Art Überspannung gibt im Magnetfeld. Und dann redet man über Sonneneruptionen. Und diese können dann wirklich so stark sein, dass sie auf die Erde treffen. Und das sind dann Sonnenstürme. Stell dir das einfach vor wie ein Vulkanausbruch auf der Sonne, der letztendlich noch eine Welle sozusagen ausschüttet an Energie, die auf die Erde trifft. Also das führt sozusagen dazu, dass sich das Magnetfeld der Erde abrupt ändert und ganz große Energiemengen freigesetzt werden. Weil der Sonnensturm unser Magnetfeld der Erde beeinflusst und sozusagen eindrückt. Und dann kann auch so Lichter entstehen am Himmel, die man halt als Polarlichter kennt. Und das sind dann quasi die optischen Teilchen dieser Sonnenstürme, die auf die Erde treffen. Aber auch hier gibt es wieder Auswirkungen, die wir fühlen, weil das Magnetfeld uns ja auch beeinflusst. Wir werden vom Magnetfeld der Erde die ganze Zeit beeinflusst. Und nicht nur wir, sogar die Tierwelt, also Wale, Insekten, Vögel zum Beispiel, die orientieren sich ja auch über Bewegungen auf langen Strecken hinweg mit ihren körpereigenen Magnetiten. Wie habe ich angefangen? Die orientieren sich sozusagen an dem Magnetfeld der Erde, genau. Also ja, auch Menschen, auch wir haben diese Magnetiten im Gehirn und haben deswegen auch oder werden beeinflusst vom Magnetfeld der Erde. Und Sonnenstürme haben dadurch auch einen Einfluss auf das Gehirn und somit logischerweise auch auf den gesamten Stoffwechsel des Menschen. Es gibt biochemische Prozesse, die sich ändern können, sogar der Säurebasehaushalt, der Wasserhaushalt. Man sagt sozusagen, also das klingt jetzt ein bisschen krass, aber weil durch diese Veränderung im Magnetfeld Elektronen quasi aus der Zelle herausgeschleudert werden. Also das sind dann hormonelle Schwankungen, die dann passieren können. Stress, Stimmungsschwankungen, Unruhe, Hyperaktivität. Ach, was weiß ich alles, da zähle ich mich komplett gerade mit rein. Ich habe alles in den letzten Monaten gehabt davon. Ja, und starke Sonnenstürme für die Erde, die wären dann wirklich sehr, sehr relevant. Also wirklich große Stürme sozusagen, die passieren gar nicht so oft, vielleicht alle 100 bis 200 Jahre. Dann sind die Folgen natürlich noch extremer. Zum Glück ist so einer, den ich jetzt gleich beschreibe, noch nicht passiert. Zumindest so, dass wir ihn nicht erlebt haben. Wenn es wirklich einen riesen Sonnensturm geben würde, könnten alle Signale, Satelliten, Strom, GPS, Mobilfunk, das ganze Hightech-Ding sozusagen auf der Welt, könnte kollabieren. Es könnte Erdbeben verursachen, Vulkanausbrüche, Gewitter, alles Mögliche. Also die Erde würde wirklich Kopf stehen. Zum Glück haben wir bis jetzt wirklich eine sehr schwache Sonnenstürme erlebt. Und die können halt zu Schlafstörungen führen. Schwindel, Aggressivität, Unruhe, Ängste, Konzentrationsschwierigkeiten, Zwischenblutung. Alles Mögliche. Ich sag's mal so, das klingt jetzt alles so dramatisch, was das alles auslösen kann. Auch diese Sonnenstürme wirken sich auf uns nicht ganz so extrem aus, wenn wir darüber Bescheid wissen und bewusster generell mit uns umgehen. Und uns als Teil des Ganzen verstehen. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Weil das dann einfach Ruhe bringt. Ja, also egal jetzt, ob Portal-Tage, Schumannfrequenz, Sonnenstürme. Was kannst du jetzt tun? Runtergebrochen nochmal. Du kannst an diesen Tagen, naja gut, dann müsstest du jeden Tag meditieren, weil du weißt ja nie, wann die Schumannfrequenz oder Sonnenstürme auftauchen. Meditieren auf jeden Fall, ja. Ruhe und Entspannung in deinen Alltag integrieren. Ich höre es ja jetzt wirklich täglich, ständig, sei es in der Transformationsreise oder per Nachricht, per E-Mail. Leute, ihr gönnt euch zu wenig Ruhe. Es ist so. Ich weiß nicht warum, aber wir werden wahrscheinlich mitgezogen von der schnelllebigen Gesellschaft. Ich nehme mich ja auch nicht komplett raus. Aber ich habe schon in den letzten ein, zwei Jahren extrem viel mehr Ruhe mir eingeordnet in meinen täglichen Plan. Und dann die Momente der Ruhe, die festen Zeiten, wo einfach nicht gearbeitet wird. Und es ist so viel mehr Energie da für den Körper einfach dann dadurch. Ja, also macht das. Ordnet es euch ganz oben ein. Ruhe, Pause, Meditation, Dinge, die dir Freude machen. Wofür leben wir denn? Wenn wir immer nur arbeiten, um irgendwas zu erreichen, was in der Zukunft liegt, sind wir nie im Moment. Und im Moment kann man intuitiv handeln. Und wer im Moment ist, kann spüren, oh, hier ist gerade heute eine interessante Energie. Ey, vielleicht meditiere ich und empfange einfach mal Energie, die hier kommt. Ja, also das ist wirklich der eine Tipp. Dann nutze an diesen Tagen vielleicht auch weniger elektrische Geräte. Du kannst auch das WLAN, Bluetooth, GPS wirklich nur minimal benutzen. Du kannst an diesen Tagen wunderbar deinen Körper entgiften. Du kannst sehr viel und solltest sehr viel reines Wasser trinken. Ich habe auf meiner Webseite, da gibt es im Menü einen Punkt Empfehlungen. Guck da mal rein. Ich habe einen guten Wasserfilter dort als Empfehlung drin. Denn reines Wasser kommt nicht unbedingt aus der Leitung. Das kann ich dir schon mal verraten. Und dieser Wasserfilter ist preis-leistungsmäßig wirklich Hammer. Dann kannst du an diesen Tagen dein Energiefeld reinigen. Zum Beispiel durch Chakren-Meditationen oder andere Meditationen. Aber du kennst ja nun mittlerweile meine Meditationen. Und die würde ich dann natürlich am ehesten empfehlen, weil ich sie auch am besten kenne. Guti, ihr Lieben. Wenn es immer noch jemanden gibt, der mir noch nicht bei Instagram folgt, folge mir dort. Ich würde mich total freuen, Lydia.Zauberhaut. Ansonsten bin ich wieder sehr gespannt darauf, wie die Resonanz dieser Folge ist. Schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat, ob du es kapiert hast, ob du große Erkenntnisse jetzt dadurch gewonnen hast, was es mit dir gemacht hat, das zu wissen. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Gut, dann kommen wir jetzt mal zum Ende. Ich muss in diesen Portal-Tag hinein noch mich reinfühlen. Ja, ich gehe heute vielleicht noch reiten. Ich glaube, im Podcast habe ich das noch nie gesagt, oder? Dass ich das jetzt schon seit über einem halben Jahr mache. Aber dazu vielleicht mal irgendwann eine andere Folge. Ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer du die Folge hörst. Und denk immer daran, du darfst gesund sein. Wait, wo weil du dichingehörst? Weil du dich Ouais ist ja verbreitest.